Musik Und Action! Guten Morgen liebe Freundinnen von Mama! Willkommen zu einem neuen Video von Mama! Danke, dass ihr meine Mutter richtig gut unterstützt und viel Spaß beim Zuschauen! Musik 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 Schrauben auf die Kaffee und die Kaffee werden die Kaffee auf die Kaffee auf die Kaffee die Kaffee Tuck, tuck, tuck. Tuck, tuck. Tuck, tuck. Tuck, tuck. Tuck, tuck. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin gerade mit den Kindern im Lidl und Netto gewesen. Ausgegeben haben wir ungefähr 203 und ein bisschen was. Genau, die Getränke, Toilettenpapier und die Kartoffeln blende ich euch nachher ein. Und ich werde den Food Haul entsetzen machen, weil ich so kaputt bin. So, also wir haben 12 Liter Milch mitgenommen. Dann dürfen ein paar Kühlprodukte mit, weil der Christoph liegt diese Spätzlepfanne. Irgendwo haben wir nochmal ein Ding mit. Ganz viele Sachen von dem. Kinder? Hallo? Wo sind die ganzen Taschen? Geht, gib mal das noch her. So, wenn ich bei der Therapie bin, dann kocht der Christoph ja immer selber. Und da für ihn gar keine Fertiggerichte mehr da sind, habe ich ein paar mehr gekauft. Also, wir haben mitgenommen, zweimal die Westernpfanne. Zweimal Nudelfrikadellpfanne. Dann durften wir mit, weil die auch im Angebot waren. Moment, ich muss mir erst mal das Zeug holen. So, wir durften einmal Chicken Wings mit, die wird es am Sonntag geben. Dann Spare Ribs habe ich viermal mitgenommen, weil die auch im Angebot waren. Dann habe ich zweimal Fischdähtchen mitgenommen. Einmal Schlemmerfilet Italiano von Iglo. Und Italiano von der gegünstigen Marke. Und zweimal Bordeläse. Dann hat der Netto Nutella im Angebot gehabt für 3,49 Euro. Für 750 Gramm. Da habe ich auch gleich zwei Arten mitgenommen. Dann haben wir einmal Pommesbeeren im Günstig. Einmal Chips. Einmal Flips. Ein Salat. Lukas, du kannst die Chips und die Flips und das ist eigentlich gleich in den Schrank packen. Dann, genau, dann einmal die Käse ständen. Einmal Restzwiebeln. Und einmal die Milchmüll. Die Milchmüll. Genau, genau. Dann durften wir einmal rote Weintrauben. Einen Brokkoli. Dann durfte einmal KitKat mit. So, dann durften einmal Schokoküsse mit. Diese bunten. Und dann habe ich sechsmal Spätzlepfanne gekauft, weil der Christoph liebt die. Und die gibt es so, so selten. Und wenn es die da mal gibt, dann kaufe ich dann immer gleich in ganzem Schwung. Dann haben wir noch einmal kleine Spätzpaprika. Einmal Schokofrisch. Einmal Schokofrisch. Einmal Suppengemüse. Das brauchen wir für nächste Woche. Weil nächste Woche wird es einmal in Pickelsteine, Steine eintopft geben. Dann habe ich einmal Mayonnaise mitgenommen. Dann zweimal Suppenfleisch vom Rind. Das ist auch für das Pickelsteine, was es nächste Woche gibt. Dann habe ich für mich einmal Erdbequark mitgenommen. Und einmal in Naturklar. Dann durfte einmal Geschirrspülmaschinenreinigerpulver mit. So rum. Dann durfte zweimal das Müsli für die Kinder mit. Zweimal Süßrahmbutter. Dann, weil Badreiniger komplett leer ist, habe ich zweimal Badreiniger mitgenommen. Du musst du das gleich wegräumen, Leonie? Ja. Danke. Und dann habe ich noch einen Schwung. Ah, genau. Dann haben wir noch zweimal Schokofrisch. Und zwei, drei, vier, sechsmal Zahncreme. Das darfst du bitte gleich in den Schrank räumen, ins Fach vom Papa Lukas. Äh, war es das? Ja. Ja, das war's. Genau. Ausgegeben haben wir 203 und ein paar zerquetschte. Ähm, ich hoffe, genau. Kochtechnisch, heute wird es Ofenkartoffeln mit Bordeläse geben. Morgen gibt es die Spare Ribs mit... Der Christoph hat irgendwas dazu gesagt, was er sich wünscht. Ah, genau. Mit Salat und Brot. Nein, stimmt gar nicht. Morgen gibt es Spare Ribs. Nee. Wisst ihr was? Ich suche nachher noch mein Zettel raus und dann sage ich euch nochmal, was es gibt. Genau. Zuerst ein Überblick über unsere Getränke. Ich habe einmal Apfelschorle mitgenommen, einmal Cola Zero, einmal Wasser mit Geschmack Kirsche, zweimal Cola Mix Zero und einmal nochmal Wasser mit Geschmack, dann eine Packung Toilettenpapier und fünf Kilo Kartoffeln. So, jetzt habe ich noch was vergessen. Ich habe einmal noch Laubzwiebel mitgebracht, ein Paket Erdbeeren, einmal flüssigen Honig, dreimal Kohlrabi, 20 Haier, dann ein kleines Paket Champignons, zweimal Tessigessenz, ein kleines Bündel Bananen, einen Topf Tomaten und nochmal zwei Must-Bare Ribs. Das war's jetzt aber. Nee, Leonie, das kannst du selber oder nicht? Ja, also. Oh nein, ist nichts ausgelaufen? Nein, da ist nichts ausgelaufen. Sag mal ernst. Nee, es ist jubb, jubb ausgelaufen. Oh, ist dein Quark ausgelaufen? So, ja. Ich bin nur noch die Hustür, dann bin ich auch noch die Hustür. Nee, ich? Ja. Vielleicht können Sie einfach mal so hoch. Willst du vom oben in den Schatten rein, Lukas? Ja, ich bin gleich noch in die Hustür. Ja. Dann stellst du den zu, okay? Okay, so. 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 Soll ich so gut das denn in den Tisch gehen? Ja, Lukas, gibt's noch? Das kannst du rüber zum Salat legen. So, dann Leonie, du kannst das gleich auf den Balkon stellen, das ist nämlich kalt genug. So, du wäschst die Weintrauben und pulst sie ab und dann da rein. So, vom Strunk weg. So, du kannst dann, wenn der Lukas fertig ist, bitte hier den Brokkoli waschen. So, du wirst den Brokkoli machen. So, du wirst den Brokkoli machen. Und dann stecken die Leute noch an. Es ist frisch. Ja, wir werden den Brokkoli machen. Wir werden den Brokkoli machen. Wir sind außerdem schon hier. So. So, die Deckel bitte. Okay. So, ich muss jetzt noch die Wanne ziehen. Stehen bitte bitte, die Leonie. Ja. Okay. Geht's? Ja. Ja. Stehen wir mal. So. So. Stehen wir mal, ob es reinpasst. Aber. Da passt rein. So. Oben auch reinstellen. Ich habe den ganzen Zimmer auch noch reinstellen. So. Geht beide da hinten weg. Na. Du hast ja da. So. Richte bitte was zu trinken. Ja. Ist heute noch was drin? Ja. 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 Ich denke mal rein, wo auch das Spülmittel ist. Und in den Schrank rein. Hier. Klar, wo auch das andere Zeug ist. Ihr könnt die Getränke mir geben. Das kann sie gleich entscheiden für euch. Jetzt kannst du diese zwei und drei Stellen bedürfen. Jetzt kannst du diese 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 drei Stellen bedürfen. Am Donnerstag gibt es Gemüse, Curry und Reis. Am Freitag gibt es Frühstärken, Kartoffeln und Spinner. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Wir haben jetzt heute Ferien. Ferien! Und alle, die Ferien haben, schönes Wochenende euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!